Hallo Leute! Hallo Leute! Das hier ist ein Deutsch-English Tutorial über Smoke a Ball Auch genannt... Wer ist jetzt? Ich freue mich wieder nicht auf den Namen. Der Rauch ne Bon Ich werde das Ganze natürlich auch noch auf Englisch schreiben Wegen ich das hier mache Wer ist jetzt? Ich zeige euch heute das Rauch ne Bon Ich tue dann... Äh, wer ist jetzt? Na, grad ich komme es drauf Ganz toll Ich tue Download in die Beschreibung und so Ihr braucht ein Handy mit Android 2.a Android 2.1 oder halt ne höhere Vision Und Internet möglichst mit einem PC, ne? Ihr könnt abonnieren für mehr Wenn ich ein paar Abos bekomme und so, ne? Ein paar Aufrufe Schöne Comments, ne? Mach ich bald auch ein Roller-Joint, äh... 12 von 5.0 Video Ne? Gut, auf alle Fälle, so... Dann geben wir jetzt erstmal hier drauf So, ich habe jetzt hier ganz kurz so eine Unterlage genommen Damit das schön aussieht So, ihr braucht halt hier euer Handy So, ihr braucht halt hier euer Handy And then to, äh... Also bei mir ist jetzt Anwendung Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt Ich packe es da nochmal da rein And then you click this Okay? From Not Market Ihr braucht das halt, damit ihr das dann installieren könnt, ne? Äh... Wie es jetzt dann braucht ihr ein Datei Explorer You need a Data Explorer So, I can, äh... Just tell you about the Root Explorer Also Root Explorer ist schon gut, ne? Da werde ich auch ein Tut drüber machen So So Here your Root Explorer From SuperUser Then you go to SD Card Ihr geht auf SD Card And then into your Downloads So, by me is it APKs So, I have many APKs Ich hab ja ganz viele davon Ähm... So, bei me is it not APKs By me is it download Just Download, download So, then Smoke a Bowl If I became, äh... Subscribed and so I make you Roller-Join APK And then a Roller-Join Cheat Okay? So, here you have your Smoke a Bowl APK You click it on this And then install Then you follow the steps And click install Also, ihr tut dann einfach da drauf gehen Und dann installieren klicken Ist ja nichts großes dabei, ne? Okay? Then you have this Okay? So, here I have it Smoke a Bowl Here So, see here It's English and Spanish And English And English Also, ist Deutsch Spanisch Englisch Alles, was ich halt brauch So, that's the game The game is cool You can... So... You can, äh... Roll... You can, äh... Smoke a Bowl Also, ihr könnt so eine Bank rauchen, halt, ne? So, hier, I just click on this Klickt einfach drauf Tut dann halt Das Gras rein, ne? Dann könnt ihr jetzt noch auswählen, ne? Hier kommt noch Da oben im Menü Was ihr halt haben wollt, ne? Wollt ihr jetzt einen 100 Dollar Schein oder so Oder so, normales Plastik-Fahrzeug Streichhölscher, fuck Natürlich immer den 100 Dollar Schein Dann könnt ihr auch noch, äh, Hintergrund machen Und mit was genau ihr rauchen wollt Auf Anfälle, ihr klickt dann einfach hier drauf And then your edges must, ähm... Wie heißt es jetzt? Ähm... Go to your micro And then... Also, müsst einfach am Mikro ziehen, halt Und... Then you click on this And then... And then... So, that's all So... If you liked that video, please comment, please share and rate Please subscribe for more And... Bye! So, Leute, falls euch das Video gefallen hat Gebt mir einen Daumen hoch Tut das Teil, Leute Tut viel kommentieren Wenn wir noch ein paar Abos bekommen oder so Oder reichlich Views Tolle Comments Wir wollen ein bisschen Feedback von der Community Laden wir auch noch ein Rollerjoint hoch Und vielleicht sogar noch ein neues Candy Man... Sieht sich... Tschüss... Kör W Die 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 Die